So meine Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Ich zeige euch heute mal, wie ihr in Eurotrack Simulator eure Karte ein bisschen größer machen könnt und noch ein bisschen erweitern könnt. Ich meine, eure Karte müsste jetzt ungefähr so ausschauen nach dem letzten Video. Und ich zeige euch, wie ihr diese Karte noch ein bisschen größer machen könnt, ein bisschen mehr Verbindungsstrecken haben könnt, womit das einfach noch eine größere und geilere Karte wird. Und jetzt setzt euch zurück. Die ganzen Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und let's go! Ich habe euch im letzten Video ja gezeigt, wie man ProMods installiert. Ganz wichtiger Disclaimer nochmal. Ihr braucht alle Karten-DLCs dafür. Habe ich im letzten Video vergessen. Aber in diesem Video werde ich euch nochmal zeigen, wie man natürlich solche Karten-Erweiterungen aus dem Internet herunterlädt, installiert. Deswegen wird das nochmal ein eigenständiges Video. Ich wollte nochmal ein kleines Ding für eigene Sache hier machen. Guckt mal unten in die Videobeschreibung. Dort werdet ihr einen Google Docs-Link finden. Da werdet ihr sehen, welche Dateien ich alle zurzeit aktiviert habe. Fangen wir an. Direkt mit der ersten Karten-Erweiterung. Dafür geht ihr einfach nur noch einmal auf Google Chrome und schreibt ProMods ein. Nachdem ihr ProMods habt, haben wir ja hier schon Europa installiert. Und wir gehen jetzt bei The Great Steppe drauf. Hier geht es natürlich genauso wie in den letzten Videos, wo ich das alles über ProMods schon mal erklärt habe. Erstmal eine Dev-Datei erstellen. Haben wir gemacht. Das Ganze kostet 50 Cent oder es gibt eine kostenlose Alternative. Das sind zwei Dateien. Da steht schon ein Download, gleichzeitig 5 Minuten Wartezeit zwischen den Downloads. Das heißt, ihr downloadet euch den ersten Teil. Danach müsst ihr 5 Minuten warten und danach könnt ihr erst den zweiten Download starten. Oder ihr bezahlt 50 Cent. Geht hier auf die Webseite. Könnt das Ganze mit PayPal bezahlen. Damit supportet ihr natürlich auch immer das Team von ProMods. Mehr gesagt 60 Cent. Und dann könnt ihr das euch kaufen. Und dann habt ihr es direkt als einmal Download. Ihr müsst nicht insgesamt 5 Minuten warten. Für die Leute, die 5 Minuten warten können, einfach starten. 5 Minuten warten und sich dann den zweiten Download-Link holen. Danach habt ihr genauso wie ProMods Europa, habt ihr jetzt hier wieder einen Download-Link, nachdem ihr vielleicht die 60 Cent in die Hand genommen habt. Und das Ganze können wir jetzt herunterladen. So Freunde, Punkt Nummer 2 ist auch von ProMods und zwar das Middle East Add-On. Das geht auch natürlich genauso wie The Great Steppe. Wir können hier einfach mal draufdrücken. Dev-Datei haben wir ja schon erstellt. Und ihr seht, ein Download gleichzeitig. 5 Minuten Wartezeit zwischen den Downloads haben wir hier wieder. Oder ihr könnt für 50 Cent, mehr gesagt 60 Cent, euch die Premium-Variante holen. Wenn ihr euch einfach nur die Standard-Variante holt, drückt ihr hier drauf, dann könnt ihr hier ein neues Fenster starten. Haben wir gerade schon gemacht. Deswegen müssen wir 240 Sekunden warten. Aber da es eh nur eine Datei ist, können wir das auch einfach so starten. Auch hier downloaden wir das Ganze einfach nur. Oder wie gesagt, in der Standard-Variante einfach nur auf Download drücken. Die Unterschiede sollten eigentlich sein, dass Premium vielleicht noch 2-3 Straßen mehr hat und dass es werbungsfrei ist. Währenddessen die Standard-Variante natürlich auch Werbung vielleicht nochmal im Spiel irgendwie ein bisschen auf Undercover packen könnte. Das Ganze sollte bei der Premium-Variante nichts sein. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie getestet, was der Unterschied zwischen Premium und Standard ist. Wenn ihr wollt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Das können wir auch sehr gerne nochmal vergleichen. Punkt Nummer 3 wird die Rusmap sein. Wir wollen natürlich für den Osten noch ein bisschen mehr haben. Und wir wollen noch die Verbindungsstrecke zwischen The Great Steppe und Middle East Add-on haben. Deswegen gehen wir jetzt hier eigentlich auch nur noch einmal schnell bei Google Chrome rein und schreiben hier Rusmap ein. Dann kommen wir hier direkt auf die rowextended.ro-Webseite. Und hier werdet ihr es schon direkt sehen. Rusmap 250 haben wir hier 5 Sachen, die wir einmal herunterladen müssen. Können wir hier auch einmal machen. Und danach habt ihr das Ganze heruntergeladen. Als nächstes werden wir Row Extended nehmen und auch noch ein paar Road Connection Rodes, bevor wir dann mit der Rusmap auch damit agieren können, Freunde. Das geht wieder ganz einfach. Ja, wir melden uns hier nur einmal auf der Webseite an. Row Extended ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Mehr gesagt, ist in meiner Mods. In meinen Mods, seht ihr hier unten, teste ich jetzt hier gerade Projekt E6. Das testen wir gerade gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Und das testen wir auch nicht. Irgendwie ist hier dieses aktiv deaktiviert. Bisschen kaputt. Aber hier Roex und 4.2 testen wir gerade. Da sind natürlich auch direkt die Download Links mit dabei. Wir wollen natürlich erstmal die englischen City Names haben. Also drücken wir hier einmal auf die Fahne. Drücken hier einmal nochmal schnell auf Download Link. Und wir haben Hybrid, denn wir haben die Rusmap 2.50, Pro Mods Plus, Middle East und etc. Dementsprechend brauchen wir die 2.3 Version. Starten wir erstmal hier den Download mit den englischen City Names. Genauso wie die Hybrid 2.3. Dann haben wir hier Row Extended 4.2 Free. Das ist für die Version 1.50. Da müssen wir uns hier natürlich erstmal Main 1, 2 und 3 herunterladen. Das machen wir hier natürlich auch nochmal schnell. Die Dateien sind noch natürlich relativ groß. Aber das sollte alles soweit funktionieren. Für die Installation gehen wir hier natürlich einmal hier auf meine Mega Map Download Link. Das haben wir für die 1.49 schon benutzt. Und das benutzen wir jetzt auch für die 1.50. Die Download Links sind by the way noch nicht hundertprozentig aktualisiert. Aber ich gebe euch mal so eine kleine Empfehlung. Und zwar ihr wisst ja ungefähr was ihr jetzt downloadet wollt. Zum Beispiel Row Extended. Drückt ihr einmal hier drauf. Dann seht ihr, ah für die 1.49, da findet ihr immer so kleine Links. Womit ihr dann direkt zu den neuen Dateien kommt. Andererseits können wir das ja hier zum Beispiel auch einmal schnell ändern. So, dass ihr das dann direkt hier raus dann herunterladen könnt. Wir brauchen zum Beispiel hier auch noch dieses Jerry Fullscreen Maps. Ganz wichtig. Die müssen wir auch noch einmal uns herunterladen. Dann drückt ihr einfach hier nochmal schnell auf Download und dann startet der automatisch. Diese Map benötigen wir einfach nur, damit wir auch sehen, wie das Ganze ingame dann ausschaut. Auch richtig von der Proportion und von den Positionen der Länder. Ganz wichtig. So Freunde, nachdem ihr das Ganze alles heruntergeladen habt, haben wir jetzt hier relativ viele Dateien mit Main-Dateien, Hybrid, Rohex-Dateien, Rohex mit den englischen Namen und so weiter und so fort. Das Ganze müssen wir natürlich alles entpacken und bei uns in den Mod-Ordner fügen. Erstmal natürlich, womit entpacke ich oder womit entpackt ihr? Entweder, wenn ihr natürlich Windows 11 schon habt, könnt ihr beispielsweise einfach auf das Icon gehen und hier oben steht dann alles extrahieren. Könnt ihr draufdrücken. Danach wird das hier in diesem Ordner extrahiert. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist ein kostenloses Tool. Ihr könnt euch WinRAR herunterladen. Drückt beispielsweise Rusmap Part 1, 2, 3, 4, 5. Drückt auf Entpacken nach und sagt Entpackt das Ganze. Und dann kommt zum Beispiel hier dieser Ordner heraus, womit ihr dann diese Dateien alle einfügen könnt. Das machen wir jetzt natürlich ganz schnell. Und zwar, wir fangen erstmal an mit ProMods. Diese Version 2.70 muss in Eurotrack Simulator. Mehr gesagt, ihr geht hier auf Dokumente Eurotrack Simulator in den Mod-Ordner. Das Ganze fügt ihr ein. Ja, das wollen wir im Ziel ersetzen. Wir müssen das Ganze natürlich schon testen, ob das alles irgendwie so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das Ganze fügen wir hier einfach nur noch schnell ein. Dann natürlich muss auch nochmal die Rusmap rein. Insgesamt 1,4, 1,5 Gigabyte wird hier verschoben. Das sollte relativ schnell gehen. Kommt natürlich auch auf eure SSD oder HDD an. Und danach fügen wir hier natürlich noch die ganze ROA Extended Dateien ein, die wir so benötigen hier in dem Mod-Ordner. Ich mache das immer mit STRG-C, STRG-V, damit wir die kopieren und nicht aus dem Download-Ordner verschwinden. Ihr könnt das natürlich auch einfach so rüberschieben und danach die Dateien direkt löschen, dass ihr nur einmal diesen Dateien-Satz habt. Ist natürlich ein bisschen effektiver mit eurem Speicher. Danach können wir eigentlich schon Eurotrack Simulator starten und ich zeige euch nochmal schnell die Ladereihenfolge, die wir annehmen müssen. Da werden wir das einfach euch gleich zeigen in der Liste, wie das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir uns danach auch schon wieder in-game. So, und wenn wir uns das jetzt mal angucken, natürlich, wenn man so viele Mods aktiviert hat, wird das ein bisschen wieder unübersichtlich. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal meine Cam aus und wir fangen von unten nach oben an. Lesen wir durch. Wir haben The Great Staple Asset Package und danach kommt Dev. Dann haben wir Promods Asset Package, Model Pack 1, 2 und 3, Media Package, Map Package, Dev Package und Promods DLC Support Package. Wenn ihr sagt, warum hast du denn dieses DLC Support Package, da ist doch gar keine .scs-Datei drin. Einfach die .zip-Datei mit in den Mods-Ordner einfügen, dann wird das automatisch so verteilt. Danach kommt Promods Middle East Add-On, wieder Asset und danach kommt wieder das Dev Package. Dann haben wir die Rusmap Prev App, dann haben wir Model, Model 2, Model 3, Model 4 von der Rusmap. Danach haben wir die Definition Package und die Rusmap Version 2.50. Danach fängt das schon an mit ROEX. Da haben wir die, wir haben ja die kostenlose Variante, Main 4, 3, 2 und 1. Danach haben wir die ROEX EN City Names, damit das auch alles translated wird. Genauso wie AZGE, Add-On, Global City Names auf Lokal, genauso wie auf Englisch. Die hier ROEX EN City, AZG, Global City Names, Local haben wir hier zweimal, brauchen wir. Und danach haben wir eine Hybrid 2 Map, damit wir auch eine Full Road Connection haben. Genauso wie diese Jerry Full Screen Maps. Danach einfach nur Änderungen bestätigen und Spiel fortsetzen. Und wenn man auf einmal plötzlich in-game ist, sieht dann diese ganze Karte so aus. Und wie ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall jetzt eine Riesenkarte, wie sie vorher war und wie sie nachher sein wird. Wir haben hier natürlich auch noch viele Länder. Hier könnten wir dann natürlich auch noch eine Connection Map haben. Ja, das werden wir alles später aufbauen. Viele Sachen sind noch nicht up to date auf der 1.50. Deswegen seid gespannt, wenn das alles rauskommt. Da werden wir auf jeden Fall diese Map noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich glaube, für so die etwas kleinere Karten-Erweiterung war das jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Wenn noch mal eine Riesenkarten-Erweiterung kommt, kommt natürlich auch ein Update-Video, Freunde. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, schreibt es doch gerne mal auch unten in die Kommentare. Verbesserungswürdig, welche Map sollt ihr hier noch mit einfügen? Welche Map wollt ihr noch mal unbedingt sehen, wie man das Ganze installiert? Und Freunde, vielen Dank für den ganzen Support. Wenn ihr mich noch trotzdem kostenlos supporten wollt, einfach mal kostenlos den Abo-Knopf drücken und vielleicht ein kostenloses Daumen nach oben drücken. Das fördert natürlich den Algorithmus, genauso wie einfach einen Kommentar schreiben. Das fördert natürlich auch den Algorithmus, damit noch mehr Leute von Eurotrax Simulator 2 das Ganze hier auch sehen, was wir hier so fabrizieren. Freunde, vielen Dank, dass ihr es angeschaut habt. Ich wünsche euch was. Haut rein!